Hey, wir sind Martin und Anne vom Team Impact Hub Leipzig und somit Teil des weltweiten Netzwerks der Impact Hub Community. Unsere Community, also unsere Mitglieder, sind mit mehr als 100 Orten weltweit in über 55 Ländern gut vernetzt. Entrepreneurial Education – Space for Creativity – Give, 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 ask! Hieraus entsteht eine Dynamik, eine Energie, ein Wissen, welches das Potenzial jedes Einzelnen enorm verstärkt. Wir schaffen Räume für Startups, für Kreative, für Alumni, für Gründer und für Macherinnen. Und wir schaffen Räume für große und kleine Events, für interne und externe Teams. Und vielleicht auch für dich. Wir wollen einen tollen, besonderen Ort schaffen, der anders ist als alle anderen, die es bereits in Leipzig gibt. Wir wollen der Platz in Leipzig werden, der Menschen dabei hilft, ihr Potenzial bestmöglich zu nutzen, um einen nachhaltigen Impact zu erzielen. Und wo soll dieses neue Zuhause entstehen? Na, hier im Plattwitz, inmitten des Leipziger Westens steht die alte Konsumzentrale, eines der imposantesten Architekturdenkmieler Leipzigs. Die Geschichte dieses beeindruckenden Gebäudekomplexes begann in den goldenen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Auf dieser roughen Fläche soll ab Mai, Juni unser Herzstück des Coworking Spaces, des betreuten Arbeitens entstehen. Das Zuhause im Plattwitz. Co-evolving. Sustainable Impact. Diverse Community. Wir wollen einen tollen, besonderen Ort schaffen, der anders ist als alle anderen, die es bereits in Leipzig gibt. Wir wollen der Platz in Leipzig werden, der Menschen dabei hilft, ihr Potenzial bestmöglich zu nutzen, um einen nachhaltigen Impact zu erzielen. Und dafür brauchen wir dich und deine Unterstützung. Es ist so wichtig, dass wir hier in Leipzig starke Partner haben, die diesen innovativen Menschen einen Raum bieten für Denken, Austauschen, sich zu vernetzen und einfach zu mutig sein. Ich als Gründungsberaterin der HTWK unterstütze daher den Impact Hub in Leipzig. Es ist auf jeden Fall super schön mit anzusehen, wie hier an den Ideen getüftelt wird. Eine wichtige Aufgabe des Impact Hub ist, aus meiner Sicht, verschiedene Akteure, die in verschiedenen Bereichen aktiv sind, sozusagen zusammenzubringen. Als sozialer Entrepreneur, ich brauche einen Raum, wo ich mit like-mindeden Kollegen arbeiten kann. Und deswegen unterstütze ich den Impact Hub Leipzig. Ich finde es großartig, einen Impact Hub in Leipzig zu haben, weil er ein vertrauensvoller Partner für internationale Teams ist, der Willkommenskultur lebt. Impact Hub gehört nach Leipzig. Denn Impact Hub und Leipzig haben etwas ganz Wichtiges gemeinsam. Beide unterstützen und fördern nachhaltiges Wachstum. Und das finde ich total super. Du lernst zwangsläufig eine Menge sympathischer und inspirierender Menschen kennen. Und du bekommst verdammt guten Kaffee. Wir möchten unserer und vielleicht bei deiner Community ein lebendiges, offenes, innovatives und inspirierendes Wohlfühl zu Hause schaffen. Wir freuen uns auf dich. Bis bald hier im Impact Hub Leipzig.